Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Krebs und Aszendent Krebs. Willkommen zu Ihrem Horoskop vom 20. bis 26. April. Liebe Krebse, Merkur und Mars werden die ganze Woche im Zeichen Stier fortschreiten und positive Kontakte zum Pluton im Zeichen Steinbock haben. Demzufolge werden Sie in dieser Woche einigen Chancen bezüglich Ihres Soziallebens begegnen. Sie könnten insbesondere einige Benachrichtigungen in Verbindung mit Ihren Beziehungen erhalten und könnten Unternehmungen in diesem Bereich nachgehen. Sie könnten sich innerhalb sozialer Gruppen und Ihres Freundeskreises stärker in den Mittelpunkt stellen. Insbesondere am Montag, während der Mond im Zeichen Stier fortschreitet, könnten Sie sozialen Tätigkeiten nachgehen. Der Mond wird am 21. ins Zeichen Zwillinge übergehen. Während der Mond zwischen dem 21. und 23. April im Zeichen Zwillinge fortschreitet, wird Ihr Bedürfnis nach Einsamkeit ansteigen. Sie könnten diese zwei Tage ruhiger verbringen. Nach dem 23. wird der Mond in Ihr Zeichen, dem Krebs, übergehen. Während dieser Position des Mondes bis zum Wochenende wird Ihre emotionale Energie besonders ansteigen. Ihre Kreativität könnte stärker in den Vordergrund rücken und Sie könnten sich besser zum Ausdruck bringen. Am Samstag Nachmittag, dem 25. wird der Mond in das Zeichen Löwe übergehen. An diesem Wochenende könnten Sie sich insbesondere auf das Thema Geld konzentrieren. Darüber hinaus könnten Sie am Wochenende auch einkaufen, liebe Krebse. Dabei könnte es sich um Einkäufe für Ihre Bedürfnisse, Einkäufe zur reinen Freude oder für die Unterhaltung sowie Kinder handeln. Bis bald!